sich ein Ast abfreuen, was wir bisher sehen in dieser Saison und weiterhin noch hoffentlich sehen werden. Attraktiv ist bisher noch was anderes, aber wir haben erst 14 Minuten gespielt. So, Silas, Castro, Doppelpass, jawohl Silas, komm Junge, auf! Jetzt mal im 16er. Das Ding kommt! 1 zu 0! Eik, Tor von Adams, aber Kalajic hätten vermutlich auch berührt. Krass! 1 zu 0! Eben noch angesprochen, dass in dem Spiel doch gar nichts passiert. Sehr geil! 1 zu 0! Silas setzt sich stark durch, starker Doppelpass mit Castro über rechts, dann das Tempo von Silas, die Füße ist richtig stark, geiler Doppelpass, zack, setzt sich durch. Geht in den 16er, das Ding kommt, Kalajic will ihn quasi mit der Hacke reinmachen, mal gucken, trifft er ihn? Ne, er trifft mit der Hacke nicht, dafür trifft ihn Adams hinter ihm. Also ein eigenes Tor und wir führen mit 1 zu 0 gegen Hoffenheim. Sehr geil! Aus dem Nichts, deswegen kann ich noch gar nichts über verdient oder unverdient sagen, weil bisher beide Mannschaften noch original gar keine Chancen gegenseitig aufs Tor hatten, so. Aber sehr geil! Schön, Führung, immer gut! Ai, 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 ai! Ne, ne, ne! Aber das war schlecht, schlechtes Stellungsspiel, so ein bisschen, weil der Bebou hinkam an das Ding. Bebou beschwert sich, will dann Elfer gesehen haben, nochmal gucken, ja, schlecht von Kämpf, das Stellungsspiel. Ne, Bebou hackt, also, Bebou hackt einfach ins Leere, ne? Ja, ne, da ist gar nichts. Bebou kickt einfach ins Leere und fällt dadurch. Da war nicht mal eine Berührung. Was dann zu früh ist, steht er wieder auf dem anderen Blatt, das muss man immer sehen. Boah, gute Flanke! Junger Vater, das war jetzt ein dickes Ding für die Hoffenheimer. Starke Flanke von Karajabek, dann ist niemand, niemand bei Kramarisch, der auf dem Elfmeterpunkt frei zum Kopfball kommt und das Ding dann nicht durchbekommt, zum Glück. Oder nicht platziert genug auf den Kasten von Kobel bekommt, den kann Kobel locker halten dann. Da war schon deutlich mehr drin. Der ist ja sowas von in den Twitch-Trends, also, alles andere würde mich wundern. Krilic! Mit dem Fernschuss bin ich ehrlich, muss er halten, schöne Torwartparade, aber trotzdem so ein kleines Ausrufezeichen. Deswegen, komm, wir versuchen es aber mal. Endo, abgeblockt, Castro bleibt aber dran. Stark, geiler Ball von Castro, Silas alleine aufs Tor. Zurück auf Karajacic, da ist das 2 zu 0. Sasa Kalajacic, 2 zu 0. Quasi aus dem Nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Hoffenheim war näher dran, war besser dran, aber da kommen eben die Lücken. Da sind sie halt. Castro stark den Ball, sensationell gespielt, dann bist du ja wirklich Silas, geht mit Tempo alleine drauf, kann nach hinten auf Sasa ablegen, was er macht. Hätten auch noch weiter rüber auf den weiteren ablegen können, auf Kuliballmiss gewesen sein. Läuft halt mit 3 gegen 1, läuft halt auf die Leute zu. Abseits ist es nicht, einfach nur ein geiler Pass von Castro. Und dann fällt das 2 zu 0 durch einen Konter, wo Hoffenheim extrem frei ist. Silas auf Karajacic, beide boosten ihre Scorer. Karajacic damit das siebte jetzt oder das achte Spiel? Eins von beiden, glaube ich, das siebte Spiel in Folge getroffen. Wahnsinn. Ich meine, zählt nicht für den Februar rein, aber nochmal weiteres Argument für Leute, für den Sasa zu stimmen, für den Player of the Manf im Februar. Silas kriegt auch einen weiteren Assists drauf. Das ist der Wahnsinn, was sie für Scorer-Punkte haben insgesamt Tore und Assists zusammengerechnet. Und das 2 zu 0 fällt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr wichtig auch, weil du hast einfach deutlich mehr Sicherheit jetzt. Verdient ist es nicht, bin ich auch 100% ehrlich, weil Hoffenheim einfach näher dran war. Nehmen wir aber natürlich sehr, sehr gerne mit. Erleichtert einen sehr, sich die Spiele anzugucken und es geht wirklich mit einer höheren Sicherheit in die Richtung, dass du das Spiel hier wirklich erfolgreich abschließen kannst am Ende des Tages. was sehr, sehr stark und auch tabellarisch halt weiterhin so dermaßen stark wäre. Das ist nochmal gerade eine Chance gewesen von Dabur, aber auch wieder ins Außennetz. Das ist so ein Spiel, ich hoffe, der Spruch kommt mir jetzt nicht gleich irgendwie negativ zurück quasi. Aber es ist so ein Spiel, wo gefühlt Hoffenheim 78 Mal aufs Tor schießen kann und das Ding heute nicht reingeht, nicht rein will. Habe ich so das Gefühl bei Hoffenheim. Das ist auch so das Problem bei Hoffenheim, was wir auch oft hatten. Kalajcic bleibt am Ball, stark. Endo hoch auf Silas, auch gut gespielt. Ball kommt rein! Ah! Endo grätscht rein, der hat, der hat, der hat, der hat Bock, der hat, der hat Blut geleckt nach dem Spiel gegen Schalke. Fast mit dem 3-0 durch Endo. Gut gehalten von, oder gut, reagiert auch von Baumann. Nächstes Jahr spielen wir über die Meisterschaft ganz einfach. Einfach so lang genießen, wie es so geil läuft, wie es gerade tut. Weil zweite Saison nach dem Aufstieg ist immer eklig, auch wenn es bestimmt, ich glaube, statistisch nicht mal groß belegbar. Aber es ist einfach eklig, die zweite Saison nach dem Aufstieg. Und wir spielen hier seit Spieltag 1 quasi, laufen wir hier auf einer absolut positiven Welle. Alle sind dabei. Wer das vom VfB kennt, der weiß, das ist normalerweise kein Dauerzustand. Deswegen so, so lang genießen, wie wir können. Es ist keine Garantie, dass wir nächste Saison genau so eine geile Saison spielen und am Ende wieder 8 oder 9 oder sonst was werden. Da ist keine Garantie für da. Vor allem im Sommer tatsächlich Leute gehen sollten. Deswegen, Ball flach halten, genau wie du schreibst. Sich einen Ast abfreuen, was wir bisher sehen nächste Saison und weiterhin auch hoffentlich sehen werden. Und dann einfach hoffen, dass es weiterhin so gut wird nächste Saison. Möglicherweise ja vielleicht wieder mit ein bisschen mehr Fans, wer weiß. Deswegen, Ball flach halten. Wenn es passiert, nehmen wir es alle sehr, sehr gerne mit. Sonst trotzdem nehmen wir auch hier eine ganz normale Entwicklung. Keine Angst um Abstieg. Nehmen wir auch schon mehr als gerne mit. Ah. Boah, stark Ahamada. Richtig stark, Junge. Grammarisch hat er wirklich, war schon ganz gut durch in Ahamada, kretscht das Ding noch hinten rein. Stark das Konto abgefangen. 101 mag ich Bewertungen. Krank, Jungs. Heftiger Support heute, Mann. Wir haben keinen neuen Rekord aufgestellt oder so. Die ist 211 von Frankfurt. Wir werden wahrscheinlich erstmal ein bisschen stehen, tippe ich mal. Aber ich glaube, wir haben einen gefühlten Rekord aufgestellt, was die Dauer an Höhe an Zuschauern angeht. Wir hatten noch nie, am Anfang ist so lange, 50 noch nie, jetzt gefiel die letzten 20 Minuten am Stück über 100. Krank, Jungs. Sehr geil, Mann. Freut mich. Freut mich sehr, Jungs. Ja, die Laptop-Trainer, ja, so ist es halt. Aber wenn Laptop-Trainer so abliefern, trotzdem so charismatisch, so sympathisch und so genial ist wieder, wie ein Matarazzo, dann darf der von mir auch gerne Laptop-Trainer heißen. Das ist mir so scheißegal. Abpfiff. Wir gewinnen mit 2 zu 0 gegen Hoffenheim 0,9 x Goals. Die Hoffenheim haben 1,3 x Goals. Kann ich mit dem Fazit recht kurz halten, sag ich immer. Und dann wird es immer trotzdem doch mal einen Ticken länger. Aber ja, erste Halbzeit recht unspektakulär. An x Goals hast du es auch gesehen. Gehen in Führung durch einfach eine starke Einzelnerzung von Silas, der da über rechts vor allem sehr viel Druck gemacht hat. Sehr viel, ja, ich glaube übrigens den Richards hat es auf rechts glaube ich nicht Spaß gemacht gegen ihn zu spielen. Schönes Tor gewesen, klar, ein bisschen Glück gewesen, dass es dann ein Eigentor war. Aber so gesehen erzwungen durch die Hereingabe und durch die Aktion davor über rechts. Und dann halt wieder, wir gingen Richtung Berlin-Spiel wieder. Hoffenheimer kommen nah ran, haben viele Chancen, aber das typische Hoffenheim-Problem, sie nutzen ihre Chancen nicht. Sie werden eines Tages mehr Chancen haben als wir, aber sie nutzen sie halt nicht. Und im zweiten Halbzeit waren sie auch viel, viel näher dran. Dann kommt dieser eine starke Konter und das war der Unterschied zum Berlin-Spiel zum Beispiel, dass du eben diesen Konter gesetzt hast. Richtig schön, da los 3 gegen 1 drauf, sieh das auf Kalajcic, legen sich gegenseitig auf, boosten gegenseitig quasi ihre kranken Scorer-Werte. Kalajcic weiter mit auf Rekordjagd, jagt mit seinen Toren am laufenden Band und dann am Ende, ja, Chancen auf beiden Seiten so ein bisschen. Dann nimmst du das 2-0 sehr, sehr gerne mit. Geht auch in Ordnung, weil einfach die Chancenverwertung nicht da war bei den Hoffenheimern. Und dann tatsächlich Baden-Württemberg-Vergleich Nummer 1 im Ländle quasi. Platz 8, extrem nah dran an Platz 7 und einfach weiterhin extrem stark ist es auch. Heute wieder ein sehr, sehr reifer Aufmerksam eines Tages, so ein Ding 2-0 runterzuspielen. Ein sehr, sehr reifer Auftritt und da mal gucken, was nix war in München. So möglich ist vielleicht.